hey leute bradis hier und bevor wir anfangen würde ich gerne euch dankeschön sagen wir haben endlich mal geschafft 100 abonnenten sind geknackt und ich wollte ein special video für euch drehen bereits alles erledigt aber es sind ein paar tage tatsächlich vorbei gelaufen wir sind schon 116 leute dankeschön euch dass ihr meine video schaut ich versuche nur das beste zu hochzuladen und natürlich auch die schwierigsten spiele wie gesagt all bosses no damage also alle boss zu besiegen und dabei auch keinen schaden zu erlitten ja und jetzt habe ich für euch ein cooles video vorbereitet dabei geht es darum dass ich bei mortal kombat 11 einen heftigen gegner bekommen habe und die chancen standen bei mir nur ein prozent gegen 99 prozent und das würde ich gerne euch jetzt zeigen leute ich suche schon so lange nach einem heftigen match vielleicht der perfekt ausgeht was hat er jetzt gesehen heftig da stand nur ein prozent nur ein prozent dass ich gewinne und er hat 99 also ich habe lange überlegt wem ich sehen nehmen soll und tatsächlich bin ich dazu gekommen dass ich subzero nehme ich habe kaum erwartet dass er rambo nimmt alles möglich aber nicht aber ich habe voll adrenalin heftigen adrenalin weil ich denke 99 prozent ich habe nur ein prozent ich habe nur geringe chance zu gewinnen das ist schon vielleicht kritisch gewesen ein richtiger fatal blow ja der hat mir schon echt viel leben gekostet ah nein falscher move kein slide sollte das sein ok jab jab noch mal jab schaffe ich das ja und greifen ja 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 erste runde gewonnen ok jetzt nicht so aufgeregt sein ich schaffe das nicht so gut aus der sieht nie so gut aus ok zack uppercut ok das ist schon gut ja jetzt kommt kombo von mir vielleicht greifen nochmal ich weiß nie wie soll ich gegen sein nein ich glaube das wird nichts das wird nichts ok durch hat man durch hat man ok ich schaffe das schaffe das kommt ja macht nichts macht nichts einmal greifen ok jetzt ein bisschen zur seite gehen ich weiß nicht wie soll ich gegen sein kombo wo er so krabbelt ich weiß nicht wie soll ich da handeln ach zu früh der liegt der liegt der liegt wenn er landet auf seinen rücken der bleibt noch ein bisschen liegen deswegen treffe ich ihn nicht ok nicht schlecht ok 50 50 das müsste ich schaffen jab greifen nochmal ja 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 heftig erste runde 1 0 boah meine hände zittert sogar aber wir waren ziemlich gleich tabelle sehen erste runde ich werde jetzt ein bisschen frech sein weil jetzt kenne ich seine schläge zack mal sehen ob er kann gegen dagegen an kämpfen ah nee nein wieder das gleiche ich kann nicht von fehlern raus er macht nichts ja diese spezielle kombo wo er so liegt und krabbelt ich weiß nicht wie soll ich das stoppen das ist für mich noch ein bisschen schwer ahaha habe ich dich ich habe dich er kann nicht warten er macht sofort eine attacke sofort einen angriff aber man könnte warten ja jetzt habe ich dich guck mal wieder ich habe noch nichts gemacht er ist nicht mehr aufgestanden und sofort will er angreifen was macht er jetzt ach ja selber ich dachte ich schaffe das aber er liegt so ein bisschen einen kleinen kleinen augenblick länger als sonst deswegen schaffe ich ihn nicht zu treffen sofort nachdem er aufsteht oh ja oh ja ja jetzt habt ihr gesehen ne nochmal zack ich würde jetzt einfach ein bisschen mehr warten ja jeff 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 von unten ja ah nein 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 das war zu schnell letztes combo ja scheiße ich hab's gemacht ich hab's gemacht ich kann nicht glauben ich kann nicht glauben 2 zu 0 2 zu 0 2 zu 0 2 zu 0 heftig das war eine leistung haha danke euch das ist ein richtiger special für euch ich hab echt viel viel mühe gegeben und hoffentlich bleibt ihr bei mir schaut neue videos von mir die werden alle hier hinten dran hängen danke ciao 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 ciao